Äh! Ah, hier! Ich weiß nicht. Ich würde Ihnen noch einmal schreiben, dass du das verstehst. Ich werde Ihnen noch einmal schreiben, dass du das verstehst. Verdammt, ein Toter. Ich finde dich schon. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Nur darum, dass du mich nicht findest. Ich weiß, dass du in der Nähe bist, Herr Schatz. Ich weiß, dass du hier bist. Wo bist du? Ja, das ist heiß. Warum kann ich hier nicht rein? Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn noch einmal in die Finger bekomme. Ach verdammt, verdrückt. So, hier rauf geräumt. Ich weiß nicht, dass er da ist. So, hier rauf geräumt. und das nächste Mal im Nachmittag ist. Ich weiß, dass du k позierst. Die Knie, der ich愉 veut, wenn ich den rauskomme nicht. Wo ist denn von diesem Lachen? Wenn ich da gehörte, für das Schatz, So, der Zugang ist frei. 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 Okay. Okay. So, der Zugang ist frei. 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 Okay. So, der Zugang ist frei. So, der Zugang ist frei. So, der Zugang ist frei. Noch einmal speichern, bevor ich mich da durchwage. Oh ne, wisst was? Sie ist der geeignete Punkt für einen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich hoffentlich nicht mehr so rumfehle. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Zugefreunde. Tschüss!